Hallo Kackbratzen! Ich kann es nie genug betonen, dass die Survival-Horror-Landschaft so viel mehr zu bieten hat, als Resident Evil, Silent Hill oder unzählige Versuche, diese Spiele zu kopieren. Manche Titel waren echte Perlen, traten aber nie aus den Schatten der Genre-Könige hervor. Schlimmer wird die Sache, wenn eine dieser Perlen auf einem System veröffentlicht wurde, das ohnehin etwas meh ist. Wie auch im Fall von Eternal Darkness Sanity Requiem. Das Spiel aus dem Hause Silicon Knights hat eine holprige Entwicklung hinter sich. Eigentlich hätte das Spiel damals schon auf dem N64 erscheinen sollen, aber die Entwicklung dauerte so lange, dass Nintendo verfügte, dass das Spiel nun mehr auf dem Gamecube erscheinen sollte, was jetzt insgesamt aber in Sachen Qualität nicht unbedingt die schlechteste Idee war. Man hatte so viel Liebe in das Projekt gesteckt. Im Prinzip lässt sich Eternal Darkness mit nur einem Wort beschreiben. Bizarre. Und wer sich auf dieses Survival-Horror-Abenteuer einlässt, darf sich auf ein glattpoliertes, komplett gruseliges Spiel freuen, das euren Geisteszustand auf eine harte Probe stellen wird. Die Hauptfigur in Eternal Darkness ist Alex Räuvers, ein junges Mädchen, das eines Tages die traurige Nachricht erhält, dass ihr Großvater Edward verstorben ist. Als einzige Erbin macht sie sich auf, um der Villa des Großvaters in Rhode Island einen Besuch abzustatten und versucht das Geheimnis hinter seinen mysteriösen Tod herauszufinden. Und hier sehen wir schon, dass wir uns irgendwie ganz leicht im Lovecraft-Horror befinden. Obwohl Alex technisch gesehen die Hauptfigur ist, beschränkt sich das Spiel allerdings nicht nur auf einen einzigen spielbaren Charakter. Insgesamt gibt es zwölf Kapitel zu überleben, die jeweils einen neuen Charakter haben und an verschiedenen Orten und in verschiedenen Zeiträumen spielen. Prinzipiell übernimmt man stets zwischen den Kapiteln die Rolle von Alex, während wir in der Villa nach Hinweisen suchen und die Story vorantreiben. Schon im ersten Kapitel steht der Spieler vor einer wichtigen Entscheidung. Hier schlüpfen wir in die Rolle des frommen Pius Augustus im Jahre 26 vor Christus. Der gute Pius wird von einer unheimlichen Stimme in eine unterirdische Kammer geführt, in der er sich für eine von drei verschiedenen Artefakten entscheiden muss, die übrigens einst den großen alten gehörten. Diese Entscheidung ist insofern wichtig, dass sie nicht nur Art und Weise wie man später Rätsel lösen muss, sondern sich auch auf den Bosskampf auswirken wird. Man wird auch auf jeweils andere Zwischensequenzen stoßen und es wird auch die Art und Weise beeinflussen, wie man die Rätsel im Spiel angehen wird. Insgesamt schreit das Spiel danach aber gleich dreimal durchgespielt werden zu müssen, denn nach dem ersten Mal wird man nicht die Bohne verstanden haben, was die Story überhaupt von einem möchte. Wer also das Spiel komplett verstehen möchte, muss sich also gezwungenermaßen dreimal diesen Höllentrip über sich ergehen lassen. Zum Glück macht aber Eternal Darkness unwahrscheinlich viel Spaß, sodass jeder Spieldurchgang ein echter Genuss ist. Mal abgesehen von den schweren psychologischen Schäden. Wie erwähnt wird man neben Alex noch in elf weitere Rollen schlüpfen, um die tiefe und leicht verwirrende Story zu entfalten. Und weil eine gute Story alleine noch kein Spiel macht, darf man sich ebenfalls auf ein fast perfektes Gameplay freuen. In Eternal Darkness gibt es die absolute Freiheit. Anstatt der üblichen und manchmal sau schlecht umgesetzten Panzersteuerung, darf man hier die Charaktere dank der analogen Steuerung butterweich durch das Spiel führen. Übrigens verfügen alle Charaktere nicht nur über unterschiedliche Waffen und Zaubersprüche. Sie lassen sich allesamt auch unterschiedlich steuern. Gerade hat man sich in einem Kapitel an einen Charakter gewöhnt, muss man plötzlich umdenken und sich an den nächsten gewöhnen. Es wird aber einem nie wirklich komplett aus der Bahn werfen. In der Regel können die jüngeren Charakter länger und schneller laufen, bis ihnen die Puste ausgeht, während die etwas älteren Herrschaften im Spiel ganz schnell aus dem letzten Loch pfeifen. Ebenso sind einige Charaktere geschickter im Umgang mit Magie, während andere sich mehr auf ihre Kampffähigkeiten verlassen. Das Beherrschen jedes Charakters ist der Schlüssel zum Fortschritt im Spiel und die große Anzahl an Charakteren sorgt für ein interessantes, abwechslungsreiches Spielerlebnis. Und eines der interessantesten Elemente ist wohl das Sanity-System des Spiels. Aber dazu kommen wir noch. Wie in dem Genre üblich, wird man auch in Eternal Darkness einen Sack voll Rätsel lösen müssen. Zum Glück sind die aber nicht allzu schwer und man wird sich auch nie wirklich mit komplett unlogischen Inventar-Rätsel herumschlagen müssen, die einem enorme Kopfschmerzen verpassen. Auch das Backtracking wurde auf das absolute Minimum beschränkt, was Eternal Darkness eigentlich somit zum besten Survival-Horror-Spiel aller Zeiten macht. Trotzdem kann es vorkommen, dass die Entwickler einige Gegenstände ziemlich gut im Pixelbrei versteckt haben. Der Nahkampf verfügt über ein interessantes Zielsystem, mit dem man sogar bestimmte Körperteile des Gegners anvisieren kann. Jeder Feind hat eine Schwachstelle, und das Finden und Angreifen dieser verwundbaren Stelle ist einer der Schlüssel zum Erfolg. Das Nahkampfelement wirkt beim ersten Ansturm mehrerer Feinde vielleicht schwerfällig und reaktionslos, aber man wird ziemlich schnell den Dreh raushaben. Neben der Verwendung des Systems für Angriffe mit Schwertern und anderen Nahkampfgegenständen kann das Zielen auch mit Schusswaffen für präzisere Treffer genutzt werden. Timing ist allerdings das A und O in Eternal Darkness, und dies gilt auch für das Magiesystem des Spiels. Das magische System in Eternal Darkness ist eines der bestgehüteten Geheimnisse des Spiels, und das zu Recht. Für ein Spiel dieser Art ist es überraschend tiefgründig und verändert das Gameplay erheblich. Wie vorhin erwähnt, wird man zu Beginn des Spiels freundlich dazu gebeten, sich für eines von drei Artefakten zu entscheiden. Die von euch getroffene Wahl legt eure dominante Zauberfähigkeit fest und verändert die Wirkung eines jedes Zaubers. Allerdings wird man nicht gleich zu Beginn mit mächtigen Zaubersprüchen um sich werfen können. Zuerst benötigt man das mysteriöse Buch namens The Tome of Eternal Darkness, und selbst wenn man diesen Foliant besitzt, muss man erst noch die passenden Zauberrollen, Codes und Runen finden, bis man endlich mit der Zauberei loslegen kann. Erst durch Kombinationen dieser drei Gegenstände entstehen die verschiedenen Zaubersprüche des Spiels. Man kann auch mehrere verschiedene Kreaturen beschwören, über die man dann die Kontrolle übernehmen kann, oder man macht sich unsichtbar, heilt seine Wunden und vieles vieles mehr. Wer Lust hat, kann mit den verschiedenen Zutaten selbst ein wenig experimentieren, um komplett neue Zaubersprüche zu erschaffen. Die Magie klingt mächtig, wenn man aber seinen Feind nicht richtig studiert, wird man auch mit dem mächtigsten Spruch nicht weiterkommen, denn wie auch schon beim Nahkampf, hat jeder Feind eine bestimmte magische Schwachstelle. Das Problem ist auch, dass man beim Zaubern möglichst stillstehen sollte und auch auf die Entfernung zum Feind achten muss. Zum Glück kann man die Zaubersprüche den Tasten des Controllers zuweisen, um so einen möglichst schnellen Zugriff zu haben. Die Magieanzeige lädt sich bei Gebrauch und lässt sich erst durch die Bewegung des Charakters wieder aufladen, weshalb man manchmal wie ein geschocktes Huhn im Kreis herumlaufen wird, was ein wenig albern wirkt. Aber trotzdem ist das Magiesystem eine echt feine Sache, sofern man das Timing richtig drauf hat. Aber noch viel feiner ist das Sanity-System. Dieses Gameplay-Element bestimmt die geistige Gesundheit eures Charakters und ist mit absolut großartigen audiovisuellen Effekten verbunden. Wenn eure Figur mehr und mehr an Vernunft verliert, wird sie plötzlich allmögliche Geräusche hören und Dinge sehen. Aber nicht nur euer Charakter, sondern auch ihr selbst. Je mehr gruselige Erfahrungen man macht, desto mehr verliert man den Bezug zur Realität. Man verfällt immer mehr den Wahnsinn und während man im Spiel sich vielleicht noch am Blut ergötzt, das an den Wänden herunterläuft, oder der Charakter plötzlich an der Decke und nicht mehr auf dem Boden herumwandert, beginnt man auch selbst an seinem Geisteszustand zu zweifeln. Das Spiel wird auch an euch einige Tricks ausüben. Es wird zum Beispiel die Lautstärke plötzlich absenken und solltet ihr auch auf scheinbar technische Probleme im Spiel stoßen, könnte es vielleicht daran liegen, dass ihr komplett den Verstand verloren habt. Zumindest will es euch das Spiel vorgaukeln. Das Sanity-System ist mehr als nur eine clevere Ablenkung. Sobald eure geistige Verfassung gegen Null geht, wird man auch an Gesundheit verlieren. Und die Wiederherstellung der geistigen Gesundheit ist keine leichte Aufgabe. Man kann natürlich nun versuchen, alle Feinde ins Nirvana zu schicken, oder man konzentriert sich auf die jeweiligen Fähigkeiten und Gegenstände des Charakters, um im Oberstübchen wieder für Ordnung zu sorgen. Je nach Konstitution des Charakters ist man mehr oder weniger den psychischen Gefahren ausgesetzt. Einige können mehr brutale Szenen aushalten als andere, allerdings wird man selbst ein wunderbar gruseliges Kopfkino spendiert bekommen, mit dem man ganz unabhängig von seiner Spielfigur langsam in den Wahnsinn getrieben wird. Dieses Sanity-System ist nicht nur billige Effekttascherei. Es verleiht dem Gameplay eine enorme Tiefe und durchbricht so oft die vierte Wand und gerade wenn man glaubt, einen billigen Trick entlarvt zu haben, setzt das Spiel noch einen drauf. Stellt euch nur mal vor, als würde euch meine grässlich erbärmliche Stimme noch in euren schlimmsten Träumen und im Alltag begleiten. Überall könnt ihr kleine Füchse sehen und müsst auch eure Freunde überzeugen, diesen jämmeligen Kanal zu abonnieren. Der Fuchs ist überall. Die Stimme ist überall. Nicht ihr schaut diesen Kanal. Der Kanal schaut euch. Zurück zum Spiel Eternal Darkness ist grafisch gesehen ein Spiel der alten Schule, was auch der langen Entwicklungszeit geschuldet ist. Denn falls ihr es nicht schon vergessen habt, begann die Entwicklung bereits zur Zeit des N64. Auf den ersten Blick wirken die visuellen Angebote sehr schlicht und zurückhaltend, aber sobald man den fünften oder sechsten Charakter erreicht hat, beginnt man zu erkennen, dass es viele visuelle Feinheiten im Spiel gibt. Da Eternal Darkness in so vielen verschiedenen Zeiträumen spielt, gibt es eine große Vielfalt an unterschiedlichen Szenarien zu erkunden. Einige der Bereiche werden auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten erneut besucht und es ist interessant zu sehen, wie die Änderungen in der Technologie umgesetzt wurden oder wie einige Bereiche im Laufe der Jahre gealtert sind. Das Spiel wird mit festen Kamerawinkeln gespielt und es wurde eine große Sorgfalt darauf verwendet, dass man auch immer den perfekten Blick auf das Geschehen erhält. Das haben leider nicht alle Survival-Horror-Spiele geschafft. Auch wenn die Texturen vielleicht zeitweise etwas schmierig aussehen, wurden sie trotzdem sehr schön in Szene gesetzt, vor allem all jene mit Animationen. Man hat auch so viele Schichten an Texturen auf die Wände geklatscht, dass man wirklich eine absolut gruselige Atmosphäre erzeugt, die man in dieser Form auch nicht mal in einem Silent Hill wiederfindet. Zumindest nicht in den späteren Titeln. Der Sound ist jetzt vielleicht nicht immer so genial gelungen, aber trotzdem wird man sich auf sehr atmosphärische und teils ungewöhnliche Soundeffekte freuen dürfen, vor allem in den Szenen, in denen man wieder mal in den Wahnsinn abdriftet. Auch die Sprachausgabe im Spiel ist überraschenderweise ziemlich gut gelungen. Es gibt dutzende Charaktere im Spiel und buchstäblich stundenlange gesprochene Dialoge, die mit wenigen Ausnahmen nie Schmerzen bereiten. Insgesamt ist Eternal Darkness ein wirklich großartiges Horrorspiel und man hätte auch auf dem Gamecube eine derartige Perle vermutlich nie erwartet. Die Atmosphäre ist gruselig und blutig, die Steuerung und Kamerawinkel sorgen für einige spannende Momente und die Auswirkungen auf die geistige Gesundheit können im wahrsten Sinne des Wortes umwerfend sein. Der Mix aus Kämpfen mit verschiedenen und kniffligen Feinden und das unglaublich tiefe Magiesystem und vor allem das Sanity-Element machen so unwahrscheinlich süchtig. Und da man gut 30 Stunden zu tun hat, wird euch Eternal Darkness auch nicht so schnell wieder loslassen. Das Spiel hat auch nichts von seinem Glanz verloren, da das Spiel damals auch schon extrem hochpoliert ausgeliefert wurde. Man muss also mindestens einmal im Leben Eternal Darkness gespielt haben. Das Survival-Horror-Genre hat viel mehr zu bieten als die unzähligen Resident Evil-Klone und somit ist Eternal Darkness das perfekte Beispiel einer fast unbekannten und verlorenen Perle, die viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritratrolala Das geht weiter. Bis zum nächsten Mal.